Ja. Was ist das denn? Was hast du jetzt eigentlich auf deinem Schild stehen? Ja. Mal gucken. Architekten, Wunder. Das sieht jetzt aber wirklich aus wie eine Grabstätte. Äh, ich brauche jetzt aber eher mal eine Fackel. Ich bräuchte eine Fackel. Eine Blumte verbringen wir gerade nicht. Fackeln. Da reiße ich mir. Ich reiße mir auch schnell von mir hin nach runter. Wupp. Und. Wupp. So. Nee, Vater, habe ich jetzt auch gerade doof. Das ist schon in der Kramp. Ja. Wir haben vielleicht noch Stufen. Nee, ich tue nicht. Na doch, könnten obendrauf. Äh... Hast du noch Glas? Nee. Hast du gerade zerschlagen? Ja, nee, weil ich ein anderes Glas haben will. Marco? Ja, der hat auch nur in den Glas da. Wo ist er hin? Ich vermute, schlimm ist er so. Ich weiß es nicht. Aua. Ja. So. Oh, oh, oh. so hier stehe hey muss ich wohl doch so machen so schön von hier oben was hast du denn für hosen für was hast du denn für hosen nylon ach du hast du den turm hier gebaut oder was ja warum zeigen wollte wie lang sein turm werden kann ja schau mal wenn du jetzt hier auch noch so in flaches hinlädst du hast dich auf so ein podest ich mache es dann viel einfacher ich schau mal in die ecke hier fehlt was kannst du blumen feststellen und da kannst du noch was einpflanzen weil da fackeln einpflanzen geht nicht roten flash einmal stehe genau vor dir sehr ich sehe dich schon wieder nicht ne jetzt wird ich ja ja hier ist er ich springe ihn gerade was hier ne ich seh es jetzt spurt ich trot nicht dann könnten eigentlich hier in den ecken auch noch blumentöpfe ja natürlich da hast du dann endlich dein blumentopf designer blumentopf fetisch nein aber schon mal das ist das land weil ich finde das so machst du musst ja klar aber damals gab es noch keine blumentöpfe ja nee das mindestens schon nicht aber du musst hier die blumen rausnehmen du musst sie hier machst du hier nämlich das rein machst du hier noch mal so eine rote rein und hier drüben du hast äh eine gelbe rein wenn ich jetzt nur eine hätte hier ist nur eine ne ich hab schon eine so äh und die tust jetzt hier drüben rein ja und dann hast du den schenbrunnen bei mir ist der sandstein nur grau ich fühl den fehler von deutsch ich sehe dich immer noch nicht mal so und klar jetzt wie soll ich denn das jetzt beweisen dass ich es nicht nicht seh nein hier hast du fackeln grad hier ich ja ein paar geben ich sammle aber auch nichts mehr ein ne ich seh dich auch nicht mehr ach doch jetzt habe ich es eingesammelt so vielleicht sollte es aber nicht so schweben ja das ist natürlich wahr müssen die hier außen noch weg ich habe leider hoch ach gut ich sehe ich bitte nicht mehr ach schön man muss einfach den typen schlagen dann sieht er euch hast du gerade eine spitzhacke ja kannst du mal die hier außen bitte weghacken die hier nee die da vor ich genau und auf der anderen seite auch noch mal so bitte jo erstmal rauskommen so ja ich sehe dich jetzt hübsch tack so finnhaus mäßig ja das hast du sehr gut erkannt hast du das mitbekommen was ihr oben drauf gesetzt habt wo na auf das finnhaus also auf das finnhaus traub ö obendrauf jo seh da nichts hier achso da mereka achso wo Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicht wie André gerade, die ein bisschen emporwatsen. Ja. Das heißt wohl, dass... Ja, überhaupt nicht aufdringlich, oder? Nö. Das ist echt hübsch. Oder hat hier jemand ein Gegenteil? Hm, 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 hm? Das heißt nur, dass dieser ganze Berg ziemlich weg muss. Ja. Wenn hier mehr hinkommen möchte. Ja, denn alle sowas bauen ja. Das mit deiner Schildertheorie haut halt nie so einfach hin. Wir brauchen alle mehr Platz. Das steckt ein Pfeil in der Scheibe. What? und ja wo wir wieder bei mir ja klar irgendwie funktioniert meine tastatur nicht mehr jetzt geht's wieder jetzt geht's wieder meine tastatur hat gerade aufgehört zu funktionieren so das ist besser zum blick ganz dezent ja ich habe mich extra zurückgehalten nicht so viele fackeln oder so ich meine du kannst ja die hall of fame und einen zweiten stock dran machen so das reicht bei mir jemand kann ja noch von der seite fackeln drauf machen hast du vergessen ich will auch nicht so viele fackeln ja genau schlag ruhig die tür ein ist ja nicht viel kaputt gekommen das geht noch das ist ja was ist ja im haus nicht weiter kaputt gegangen ich muss ein kleines loch so kommst du rein da kann ich so warum bleibst du das so gestehen weil ich im inventar sortiert habe ach so genau alles beim alten hat jemand noch glasscheiben nein das meine die eine ich habe kein glas ich habe kein glas von diggert laut damit ich das bisschen klar stellen asymmetrisch bei dir hier was ist ja die durch die creeper explosion ist die weggegangen ja ich will aber nicht so viele fackeln das soll eher schlicht bleiben bei mir sieht da wegen mir schon aus wie so ein grab ja er hat es leider nicht geschafft ich will nicht diesen riesen als hätte ich sonst was bewirkt ich habe eine große finnete bewirkt ja ich und ich muss leider morgen also heute um sieben raus also ja ich wollte gerade sagen das zeug was ich jetzt hier noch habe lege ich genau in den kisten in die truhen von euch genau meine ist schon voll aber beim grau ist noch platz da traue ich den resten ist hier mal rein so und natürlich noch ein paar blumentöpfe dazu ja jetzt sind wir schnell in rage verfallen ja ha 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 gut das versteht sich aber hier draußen oder so so jetzt sind wir immerhin hier und dann hier und hier und damit bin ich fertig ok o je schön 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 jo ich habe meine ganze Zeit auch in die Truhe gelegt ok scheiße wie du da die ja aber falls das draußen ist kannst du das mal nehmen das schien schien haben wir doch nicht mitgenommen doch inne ja inne super gut da hätten was jo dann bedanke ich mich auch mal fürs Zuschauen würde ich sagen ja ach stimmt du hast ja du nimmst ihn noch auf ja das habe ich gerade gar nicht vergessen dass du ihn noch aufnimmst ja siehste mal auch im namen vom joe blow LP zwar sehr nett auf deiner und in meinem namen ja und in dann Horst Wenzel genau ja stell mich jetzt oben auf mein Bett so ja wenn wir gerade mal beim bedanken sind dann bedanke ich mich auch bei der Technik ja ich bedanke mich natürlich auch ich bedanke mich bei der Technik ich bedanke mich bei was du hast dich bei mir bedankt ist ja nett ja bei der Technik ja naja ich bedanke mich bei TeamSpeak ich bedanke mich bei Minecraft ich bedanke mich bei warte mal jetzt muss ich nochmal den Namen den Namen weiß ich immer noch nicht also ich bedanke mich erstmal bei Notch dass er das ja alles überhaupt ermöglicht hat Joe Blow LP ja der Name ist doch ganz einfach zu merken Joe Blow der reimt dich ja ich hieß du wohl nicht Joe? hieß du Joe? nee nee so heißt nur ne Pumpe Fahrradpumpe heißt Joe Blow die Marke ja ne weil ich weiß die ganze Zeit den Namen ich darum hab ich immer aber nehmen wir immer noch auf oder? jo ah ok ja wollen wir dann äh gut ich bedanke mich und tschüss tschüss